Lieber Hansjörg Möller, wir kennen uns seit vielen Jahren, waren viele Jahre lang auch Parteifreunde in der AfD. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben, Scheindemokratie, sehr interessant und hast dort viele Informationen drin, zum Teil aus der AfD, aber natürlich auch zum Teil zum Politikversagen, zum Demokratieversagen in Deutschland. Ich darf mal hier aus der Rückseite lesen, wie funktionieren die Führungsetagen der AfD in Berlin und ganz Deutschland? Wie kommt es, dass du so detailliert berichten kannst in diesem Buch? Was sind da die Hintergründe? Erzähl mal. Ich bin in der AfD bereits 2013 eingetreten, ein halbes Jahr nachdem die Partei gegründet worden ist, war im Ganzen auch Strukturaufbau des Landesverbandes Bayern mit dabei, habe dann auch noch das AfD-Mittelstandsforum gegründet, um ja auch die mittelständische Wirtschaft für das freiheitliche Gedankengut der AfD zu interessieren und war dann in der ersten Bundestagsfraktion von 2017 bis 2021 die erste Hälfte parlamentarische Geschäftsführer. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Alle kennen die zwei Vorsitzenden, das waren damals Alice Weidel und Alexander Gauland gewesen, dann kennen viele auch noch die stellvertretenden Vorsitzenden, zum Beispiel damals Leif-Erik Holm, Beatrix von Storch. Aber eigentlich die zweite Hierarchiestufe nach den Vorsitzenden, das sind die parlamentarischen Geschäftsführer, wobei wir ein bisschen mehr im Hintergrund arbeiten. Da haben wir also vier Stück und ich war eine dieser vier parlamentarischen Geschäftsführer und damit natürlich direkt in der Hierarchiestufe, genau hintendran, hinter Weidel und Gauland und da habe ich natürlich sehr viel mitbekommen. Ich hatte ja die große Ehre und das Vergnügen, auch ein Nachwort zu deinem Buch schreiben zu dürfen. Vielen Dank dafür nochmal. Habe natürlich auch angesetzt ein wenig beim Thema AfD und da vielleicht mal noch weiter vorlesen, was du geschrieben hast. Warum nutzt die AfD ihr Potenzial nicht? Ist sie gefesselt von wem? Ganz kurz auf diese Frage, ohne dass wir alles durchlesen müssen. Eine Antwort. Oh, lieber André, da hast du mir aber die Frage der Fragen gestellt. Also vielleicht gleich mal vorweg, diejenigen, die jetzt hoffen, hier ein Buch vorzufinden, wo schmutzige Wäsche über die AfD gewaschen würde, muss ich also die Leser oder Zuschauer gleich enttäuschen. Es ist also kein typisches Abrechnungsbuch eines ehemaligen Abgeordneten. Das war mir ganz wichtig, das nicht zu machen, sondern es war auch ein bisschen Selbsttherapie. Ich habe da so viel erlebt in diesem politischen System und die AfD ist natürlich Teil des politischen Systems. Ich habe so viel erlebt, was mir auch moralisch auch von meinem Wertesystem her gegen den Strich gegangen ist. Das musste einfach raus. Das habe ich beschrieben, aber ich denke, ich habe es auf eine konstruktive Art und Weise gemacht. So nach dem Motto, was hätte die AfD damals schon tun müssen oder was könnte sie heute noch tun, um aus diesem 15% Stimmen-Ghetto in die Höhen von 30, 35% der Wählerstimmen zu kommen. Also dafür habe ich immer gekämpft und aus dieser Sicht habe ich das Buch auch geschrieben. Kann ich nur unterstreichen. Es richte ich mir das Buch sehr aufmerksam durchgelesen. Wir haben natürlich viele gemeinsame Erfahrungen auch gemacht in der AfD. Einiges können wir direkt teilen. Bei einem konnte ich zustimmend nicken. Und ja, es ist kein solches Abrechnungsbuch, was wir ja von einigen kennen, die die AfD verlassen haben und nachtreten wollten. Das ist es nicht. Das ist sehr informativ. Aber eine Frage, wie schaut es denn aus innerhalb der AfD? Wie war es denn so? Wie hast du gestanden zum Flügel zu der doch recht bekannten Strömung innerhalb der AfD? Ja, also da muss man ja nur mein Wikipedia-Profil aufschlagen. Da stehen eigentlich nur Falschinformationen und gehässige Lügen drin, mit einer Ausnahme. Ich bin Erstunterzeichner der Erfurter Resolution und habe dem Flügel aus, auch wieder jetzt aus moralischen Gründen, aus Überzeugung immer die Stange gehalten. Kann ich soweit bestätigen, lieber Hans-Jürgen. Du schreibst in dem Buch, kommen wir mal auf das weitgefasstere, diese Scheindemokratie, du schreibst dort von einem, sag mal, Finanzgangstertum. Es ist ja für uns alle klar, irgendwelche Leute, das ist nicht die Bundesregierung, steuern hier ganz vieles. Nicht im Sinne unseres Volkes, unseres Landes. Und das ist natürlich schwer zu fassen, diese Riege an Leuten. Du sagst, das sind sozusagen die Finanzgangster. Du beschreibst das sehr schön. Kannst du etwas genauer sagen, ohne dass man das Buch gelesen hat? Wen meinst du damit? Wer könnte das denn sein? Ja, also erstens mal in meinem Buch nenne ich sowieso immer Ross und Reiter. Und hat auch mit meinem Werden vor der AfD zu tun. Also ich habe Volkswirtschaft studiert und bin dann in die deutsche Exportwirtschaft gegangen, Mitte der 90er Jahre. Habe ja fast mehr Zeit im Ausland verbracht als in Deutschland, bevor ich dann zurückkam und dann eben in die AfD eingetreten bin, in den Bundestag kam. Also ich habe sehr viel Wissen, ich habe sehr viel volkswirtschaftlichen Hintergrund und sehr viel Praxiswissen, wie Unternehmen im internationalen Umfeld funktionieren. Und dann dauert es nicht lange, wenn man sich in dieser Realität bewegt, dass man erkennt, wie funktioniert die Weltwirtschaft. Die Weltwirtschaft, das sind wenige Investmentfonds, also Blackrock, Vanguard, das sind ja hier die bekanntesten. Hinter denen natürlich stehen Familienclans, das sind diejenigen, denen ja privat gehört die Federal Reserve Bank der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist alles bloß keine staatliche Notenbank. Diese ganzen Morgan Bank, natürlich auch die Rothschild-Banken, diese ganzen Investmentfonds, auch Rockefeller und so weiter, das sind ja ganz bekannte Namen. Die, wenn man im internationalen Geschäft unterwegs ist, man die auch findet in ihrem Wirken. Es haben natürlich einige Zuschauer hier wahrscheinlich das Problem, so Verschwörungstheorie. Es wird natürlich so bezeichnet, um die Diskussion darüber zu ersticken. Das ist ja der Grund, warum man dieses Etikett erfunden hat. Aber wenn man mal so richtig mit Erfahrung, mit volkswirtschaftlichen Blick rangeht, dann sind es ein paar wenige Tausend Entscheider weltweit. Ein paar wenige. Die, also ein paar wenige Tausend Leute, die darüber bestimmen, weil sie völlig konzentriert diese Investmentfonds managen, was sieben Milliarden Menschen, oder es sind vielleicht schon acht, ja, tun dürfen und was sie zu lassen haben. Das ist also eine extreme Machtkonzentration. So funktioniert die Weltwirtschaft. Und dann ist natürlich völlig klar, wenn da irgendetwas, wenn man so ein kleines Würstel da zum Bundeskanzler gewählt wird, ja, oder ein anderes kleines Würstel zum zum britischen Premierminister, ja, das sind Erfüllungsgehilfen, denen man dann von Seiten der echten Entscheider zugesteht, ein bisschen Schauspiel auf der politischen Bühne machen zu dürfen, solange sie natürlich das Spiel der Großen nicht stören. Also ganz klares Statement, die Bundesregierung, wie wir sie kennen, egal in welcher Besetzung sie nun gerade agiert, das sind nicht die Entscheider in Deutschland letztlich und wahrscheinlich trifft es für andere europäische Länder auch so zu. Ich glaube, das machst du auch sehr deutlich in dem Buch. Das Buch ist also keine Abrechnung mit der AfD, haben wir festgestellt, aber es ist schon eine Abrechnung mit der Demokratie auf gewisse Art und Weise. Sag mir, wie du das meinst. Ich gehe mal davon aus, es ist die Abrechnung mit der sogenannten westlichen Demokratie, Demokratie, die ja allen möglichen Ländern als Geschenk gebracht wird, oft mit Waffengewalt, wissen wir. Dazu einmal so was. Also was stört dich an dieser Art Demokratie und was wäre eine bessere Demokratie? Ja, also das heißt, dieser Titel hier, Scheindemokratie, der kommt ja nicht von ungefähr. Also ich bin ja auch bekannt in der AfD dafür, dass ich eigentlich Wortführer der Basisdemokratie immer war und vielleicht auch sogar heute noch bin. Ich bin ja weiterhin Parteimitglied, haben vielleicht immer noch einige, die oben sitzen, ein bisschen Angst vor mir. Und weil ich ein zutiefst überzeugter Demokrat bin, fordere ich ein, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland endlich die Demokratie bekommen, die uns seit 1945 versprochen wird. Das ist ein klares Statement. Weil wenn ich schon gerade sagte, wie die wirklichen Entscheidungen laufen, sind dann die in diesem Demokratietheater, das sind dann Schauspieler, die irgendwas, Sprechzettel vorplappern dürfen und so weiter. Und das habe ich mir unter Demokratie nicht vorgestellt. Also ich habe, ich bin ja Insider. Ich war ja da drin in diesem Bundestag. Ich war als parlamentarischer Geschäftsführer ganz tief drin in diesen Strukturen. Und ich habe sie noch als viel schlimmer, undemokratischer, ineffizienter, ich komme aus der Wirtschaft, wahrgenommen, als ich mir das in meinen kühnsten Träumen vorstellen habe können, bevor ich da mal reingesteuert habe, diese vier Jahre. Also ich hätte gerne, dass wir in Deutschland endlich die Demokratie kriegen, die uns seit 1945 versprochen wird. Und deswegen ist es zwingend notwendig, diesem scheindemokratischen System, seine scheindemokratische Maske vom Gesicht zu reißen und wie wir das jetzt heute machen, Aufklärung zu betreiben für die Zuschauer, für die Leser. Macht euch mal Gedanken, warum geht euer Lebensstandard nach unten? Warum gehen die Steuern nach oben? Warum seid ihr im eigenen Land Mensch zweiter oder dritter Klasse? Warum habt ihr Politiker, die alles tun, was euch schadet, aber keine Politiker, die das tun, was euch nützt? Da muss man einfach mal die Machtstrukturen in der Welt verstanden haben und wie diese runtergebrochen werden auf die einzelnen Länder, zum Beispiel auf Deutschland oder auch auf Österreich. Ich kann das ja noch insoweit unterstreichen, dass ich ja auch das Vergnügen hatte, im Landtag eines Bundeslandes hier Abgeordneter zu sein und habe die gleichen Verhältnisse, wie du sie schilderst, auch dort kennenlernen dürfen. Es ist mehr ein Demokratie-Schauspiel, was dort geliefert wird, ja, ein Arena, wo im Grunde so ein Schauspiel abgehalten wird, ja. Du hast in deinem Buch aber auch mal so kurz angeführt, was dann so andere Möglichkeiten wären, demokratische Prozesse im Grunde durchzuführen, die dann eben keine Scheindemokratie wären. Dazu vielleicht mal ein Beispiel. Ja, also fangen wir erst mal an. Also wenn man etwas verbessern will, also muss immer erst, wie der Arzt, ja, der Patient geht da krank rein und der Arzt kann den Patienten nur gut behandeln, wenn er eine Anamnese betreibt und erst mal feststellt, woran krank denn der Patient wirklich? Also nicht, wo alle sagen, der hätte das, sondern der guckt sich den an. Das ist ja mein Vorgehen auch, so muss man ja auch Firmen sanieren zum Beispiel. In der Bestandsaufnahme ist ganz klar, dass der Wesenskern der parlamentarischen Demokratie, wie er wirklich ist, aus Korruption und Erpressung besteht. Nichts anderes. Ich meine, dieses politische System, was wir in Westeuropa haben, das haben wir ja aufgestillt bekommen aus den USA. In den USA kommt ja kein Mensch auf. Kein Amerikaner käme auf die Idee und würde von seinem eigenen politischen System behaupten, dass es eine Demokratie sei. Das ist ja das Schöne. Ich liebe die Amerikaner in ihrer Ehrlichkeit. Die Amerikaner sagen ja selber, ja, wir haben eine Plutokratie. Was ist eine Plutokratie? Wenige Reiche konzentrieren das Kapital, suchen sich dann irgendwelche Schauspieler raus und die dürfen dann Senator und wenn sie ganz gut Schauspielern auch mal amerikanischen Präsidenten spielen. Dieses System ist exportiert worden nach dem Zweiten Weltkrieg nach ganz Westeuropa, nicht nur nach Deutschland. Und wir haben also im Endeffekt eine schlechte Kopie der amerikanischen Plutokratie und es ist ja völlig offen und unstrittig. Das funktioniert nach den Methoden von man kauft die Leute, man macht sie dadurch erpressbar. Wenn man sie gekauft hat, man hat die Abgeordneten an dieses Masken-Deals mitschneiden lassen und dann hat man gleich gesagt, aber wenn du nicht so abstimmst, die wissen genau, über welches Offshore-Konto du das hast laufen lassen. Vollkommen richtig. Du zeichnst ein Bild natürlich, dass jeder, der etwas natürlich mit offenen Augen durch den Alltag geht, mitbekommen kann, sehen kann. Aber was wäre denn kurz und knapp eine andere Form der Demokratie? Beispielsweise, wenn wir sagen, wir machen mal den Parlamentarismus, den wir in Deutschland haben, der ja angeblich sehr, sehr demokratisch abläuft. Man hat ja die Wahl, aber man nicht immer die Auswahl hat. Was wäre denn ein anderes Modell, wie man das besser machen könnte? Hast du da was? Ja, natürlich. Ja, also ich musste das jetzt einfach mal ein bisschen länger darstellen, aber du bist mir rechtzeitig ins Wort gefallen, was das Problem ist. Also das Problem ist, wenn man Repräsentanten hat, Abgeordnete, dann sind die korrumpierbar, erpressbar und steuerbar. Also damit eine Demokratie funktionieren kann, muss man das wegbringen, dass es Repräsentanten gibt, weil Repräsentanten immer korrumpiert gesteuert und erpresst werden. Also wie kriegt man die weg? Indem man eine direkte Demokratie einführt, indem das Volk direkt abstimmt. Also im Endeffekt das Schweizer Prinzip. Also klar, Stichwort direkte Demokratie. Direkte Demokratie. Und zwar, ich muss das nochmal ganz kurz begründen, weil die repräsentative Demokratie in ihrem Wesenskern das Korrumpieren, Bestechten und Steuern ihrer Repräsentanten in sich trägt. Also muss man, wie kann man das beseitigen? Das Wesen der direkten Demokratie aus der Schweiz auf Deutschland übertragen. Und dann haben wir auch eine echte Demokratie. Ist ein Ansatz, du schreibst ja auch hier von Lösungsansätzen. Es wirft ja nicht nur eine Frage auf. Zwei Fragen noch an dich zum Abschluss. Eine mindestens zweideutige, ketzerische Frage. Du kommst ja aus der Branche, sagst du, wo Firmen saniert, gerettet werden. Ist die Firma BRD noch zu sanieren, zu retten? Nein. Klare Antwort. Sie muss neu aufgebaut werden. Klare Antwort, klare Antwort. Letzte Frage, lieber Hans-Jörg, wer soll denn dein Buch lesen? Was ist vor allem speziell deine Zielgruppe? Also ich möchte einfach aufklären, vielen Menschen, die eben diese, die immer noch an das Demokratietheater glauben, ihnen die Realität näher zu bringen. Deswegen, ich nenne Ross und Reiter, da ist ja wenig Blabla drin, denke ich mal, bei mir. Und ich hoffe, dass Leute, die Angst verlieren, also ich habe oft die Erfahrung, ach, du warst in der AfD, ich will ja gar nicht wissen, was du geschrieben hast. Ich schreibe das nicht aus AfD-Sicht, ich schreibe das aus Sicht eines Menschen, der sich Sorgen macht um unser Land und der endlich eine Demokratie haben will für unser Land. Also ganz klar, Schein-Demokratie von Hans-Jörg Müller, Leseempfehlung, erste Klasse. . . Untertitelung des ZDF, 2020